Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe über den Bärenmarkt. Mit diesen Videos möchte ich dir gerne einige DeFi-Strategien vorstellen, die dir helfen, dein Krypto-Portfolio sicher durch diesen Bärenmarkt durchzubringen. Und nicht nur das, mit diesen Strategien bist du nachher auch perfekt aufgestellt, wenn der nächste Bullenmarkt losgeht. Und glaub mir, der nächste Bullenmarkt, der wird wirklich kommen. Und in diesem Video jetzt geht es um das Thema Cashflow. Und das Thema Cashflow ist besonders wichtig. Im Bärenmarkt ist ja klar, wir wollen Kryptos kaufen. Alles ist günstig, wir wollen uns mit Kryptos eindecken. Die Frage ist aber, woher kommt die Kohle? Und da hilft es ja ein bisschen, wenn man mit unserer bestehenden Einlage in Krypto, also mit unseren bestehenden Krypto-Assets, auch ein bisschen Geld verdienen können. Und das kann man mit DeFi natürlich, zum Beispiel über Yield-Farming und ähnliche Sachen. Aber leider funktioniert auch das Yield-Farming nicht mehr so richtig gut wie im Bullenmarkt. Ihr seht es ja überall, die APY, die Erträge gehen runter. Es gibt Scams ohne Ende, Projekte verabschieden sich ganz, also verschwinden ganz von der Bildfläche. Ja, Bärenmarkt-Territorium schon wieder eine ganz andere Sache als im Bullenmarkt. Und in diesem Video möchte ich also jetzt mal darüber sprechen, wie man am besten als allererstes mal seinen Cashflow in Ordnung bringt und umstellt auf die neuen Bedingungen im Bärenmarkt. Und dabei spreche ich hier jetzt erstmal nur ganz allgemein über so ein paar Dinge, die man ändern muss. Es geht jetzt nicht um ganz konkrete Strategien. Das kommt alles in den Videos später. Mein Name ist Ned Albo. Mein Kanal, das ist die Crypto-Train-Station für all diejenigen, die bei Krypto bisher nur Bahnhof verstehen. Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge von Du gegen den Bärenmarkt. In meinen letzten beiden Videos ging es ja darum, dass wir jetzt unsere Denke umstellen müssen vom Bullenmarkt in den Bärenmarkt, denn der Bärenmarkt, der unterliegt ganz anderen Gesetzmäßigkeiten als der Bullenmarkt. Und das heißt, wenn wir mit der alten Denke aus dem Bullenmarkt hier noch an diesen Markt rangehen, dann werden wir wahrscheinlich scheitern. Ich hatte im ersten Video erklärt, warum es wichtig ist, jetzt sein Krypto-Portfolio einfach nicht mehr in Fiat-Währungen zu bemessen. Das liegt einfach daran, dass der Bärenmarkt, das ist nun mal einfach so im Bärenmarkt, der Wert des Portfolios, wenn man ihn in Fiat rechnet, fällt immer weiter, er sinkt immer weiter. Das heißt, sich das Portfolio in Fiat-Währungen anzuschauen, ergibt eigentlich nicht viele neue Informationen. Man weiß ja eh schon, dadurch, dass man im Bärenmarkt ist, es wird alles immer weniger wert sein. Man schaut da immer nur drauf. Es macht aber emotional was, nämlich man wird eigentlich immer mehr deprimiert von den fallenden Kursen, von den Werten, die sich in Luft auflösen. Deshalb also weg damit. Negative Denke können wir jetzt nicht brauchen. Das ist auch ganz besonders wichtig für den zweiten Punkt. Nämlich im zweiten Video habe ich erklärt, dass es jetzt umso wichtiger ist, Assets zu kaufen, dass man wieder gierig ist, dass man Bock hat, Krypto zu kaufen. Und das fällt natürlich schwer, wenn man sieht, wie die Assets immer weiter im Wert fallen. Also keiner hat Lust, irgendwie ein Asset zu kaufen, das dann nächste Woche nur noch die Hälfte wert ist. Wenn man in Fiat denkt. Und in dem heutigen Video geht es jetzt darum, dass es wichtig ist, jetzt seinen Cashflow in Ordnung zu bringen. Und was meine ich mit Cashflow? Also vor ein paar Wochen habe ich ein YouTube-Video gesehen. Da ging es um das Thema passives Einkommen im Kryptospace, wie man also passives Einkommen in Krypto erzeugt. Und da war dann so die Frage, wie sieht das Ganze aus im Bärenmarkt? Wie erzeuge ich jetzt hier passives Einkommen? Und der erste Tipp war natürlich, dass man jetzt Yieldfarming macht und dass man Staking macht, weil dann hat man ja laufende Einnahmen. Mit dem Staking und dem Yieldfarming gibt es allerdings ein paar Probleme, auf die ich in diesem Video eingehen möchte. Das ist auch der Grund, warum man jetzt seinen Cashflow ordnen muss. Und der zweite Tipp in diesem Video war dann, besorgt euch einen Nebenjob. Und da dachte ich so, Moment mal, ging es jetzt in diesem Video nicht eigentlich um passives Einkommen? Und nee, dann werde ich mir jetzt keinen Nebenjob suchen, weil ich möchte ja mein Einkommen passiv haben. Also mit Cashflow meine ich definitiv nicht, dass ihr jetzt irgendwie zu McDonalds geht und euch einen Job sucht, damit ihr dann von dem Gehalt Krypto kaufen könnt. Aber es ist wichtig, dass man jetzt also tatsächlich irgendwie versucht, aus seinen Krypto-Assets, die man hat, irgendwie Einnahmen rauszukriegen. Man muss aber wissen, wie denn der Bärenmarkt funktioniert, eben auch was den Cashflow angeht. Cashflow gleich also Einnahmen, die aus Assets entstehen. Der Cashflow unterliegt dem Bärenmarkt tatsächlich auch ganz anderen Gesetzen, als damals noch im Bullenmarkt, wo alle Assets im Grunde gestiegen sind. So, und als Beispiel möchte ich hier jetzt mal einen Pool zeigen. Das gilt aber für viele, viele andere Pools auch. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich bin jetzt hier auf SushiSwap und ich habe hier unter den Farms gibt es hier das Onsen-Menu und hier in dem Onsen-Menu, da finden sich so einige Pools, in die man einzahlen kann und einer davon ist der Sushi Ether Pool. Hier sind immerhin 20 Millionen Dollar drin in diesem Pool und es gibt hier 910 Sushi. Ich weiß gar nicht, es wird wahrscheinlich am Tag sein für den gesamten Pool oder irgendwie sowas. Es ergibt sich hier eine APR von 15,80% und weil das Ganze einfacher zu rechnen ist, habe ich jetzt in meinem Beispiel mal gesagt, es sind 25% und nicht 15%, also ganz großzügig mal aufgerundet, von 15 oder 16% auf 25%. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie sich eine solche APR im Bärenmarkt entwickelt. Das hier ist jetzt eine sehr, sehr vereinfachte Rechnung. Es geht hier nicht darum, genau die APR auszurechnen, sondern es geht darum, ich möchte hier quasi mal auf eine kleine Falle hinweisen, die hinter diesen APR-Anzeigen bei den Pools steckt, die also jetzt in den Yield Farms angezeigt werden. Die APR, die beinhalten eine fiese Falle und es ist eben wichtig, dass man sich das vor Augen führt und das gehört meiner Meinung nach auch wirklich dazu, dass man quasi seinen Cashflow irgendwie in Ordnung bringt, dass man sich diese Dinge einfach mal ein bisschen klar macht. Also es geht jetzt hier um diesen Ethereum-Sushi-Pool, der auf SushiSwap ist und ich nehme einfach mal an, die APR liegt jetzt bei 25%. Die wird also jetzt in diesem Pool als 25% angezeigt. Dann haben wir hier die aktuellen Kurse vom Sushi und die können ganz anders sein, wenn ihr das Video guckt. Also nehmt die Zahlen einfach nur als Beispiele. 1,50 Dollar kostet der Sushi und der Ether kostet 1,900 Dollar. So, ich mache jetzt heute eine Einlage von 10.000 US-Dollar und das ergibt dann ja logischerweise 2.500 US-Dollar Ertrag bei einer APR von 25% und natürlich auch schon mal ganz wichtig, die APR bezieht sich darauf, dass die Kurse, Sushi und Ether und natürlich die gesamte Poolstruktur mit den Rewards und so weiter, dass die gleich bleibt für ein ganzes Jahr. Und wenn das alles der Fall wäre, dann kämen 2.500 US-Dollar Ertrag raus. Wenn die Parameter, also die Rahmenbedingungen dieses Pools sich so ändern, dass zum Beispiel die Kurse steigen, dann wäre sogar der Ertrag höher und wenn die Kurse runtergehen, dann ist der Ertrag wahrscheinlich niedriger. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Angenommen später halbieren sich die Kurse von beiden Assets. Also Sushi kostet nur noch 75 Cent und der Ether kostet 950 Dollar. Jetzt wird in diesem Pool immer noch 25% APR angezeigt. Also angenommen dieser Pool bringt immer noch 25% APR. Wenn man dann zu dem späteren Zeitpunkt 10.000 Dollar eingezahlt hätte, ergibt sich logischerweise die gleiche Rechnung. Weil wenn wir 10.000 Dollar einlegen, dann legen wir zwar mehr Sushi und mehr Ether ein, aber der Wert dieser Einlage beträgt ja immer noch 10.000 US-Dollar und die APR beträgt ja auch immer noch 25%. Also sind wir bei 2.500 US-Dollar Ertrag ist dasselbe. Das heißt also, egal wie sich die Kurse entwickeln, die APR, die in den Pools angezeigt wird, die ist wirklich unabhängig von den Kursen und die Berechnung ist auch unabhängig von den Kursen. Das birgt aber für uns ein großes Problem, weil wir haben ja unsere Einlage heute gemacht und nicht später, wenn sich die Kurse halbiert haben. Das heißt, wir haben unsere Einlage gemacht, dann halbieren sich die Kurse und der Wert unserer Einlage halbiert sich eben auch. Und das heißt, es ist das Äquivalent zu, wenn wir jetzt später 5.000 Dollar eingelegt hätten. Wir haben jetzt 10.000 eingelegt, der Wert unserer Einlage ist später aber nur noch 5.000 Dollar und wir müssen also jetzt, wenn wir die APR, die dieser Pool anzeigt, ernst nehmen wollen, wenn wir die einbeziehen wollen, müssen wir den Wert, müssen wir so tun, als wenn wir zu dem späteren Zeitpunkt eingelegt haben und unsere Einlage wäre ja dann nur noch 5.000 Dollar wert, weil wir haben ja eingelegt, Kurse sind runtergegangen, wir konnten nichts machen, wir haben nur zugeschaut, wie unsere Einlage sich halbiert hat und das ergibt dann eben auch nur den halben Ertrag, obwohl die APR die gleiche ist. Das bedeutet also, wenn ich jetzt 10.000 Dollar einlege, die APR in dem Pool konstant auf 25% bleibt, die Kurse halbieren sich, halbiert sich auch der Ertrag und ich habe eine echte APR von 12,5%. Die ist aber nicht das, was der Pool anzeigt, der Pool wird mir weiterhin 25% anzeigen. So und das heißt, ich denke die ganze Zeit, ich mache hier schönen Cashflow, ich bekomme hier schöne Einnahmen auf meine Einlage, in Wirklichkeit geht aber auch die Einnahme runter, der Cashflow wird sinken dadurch und ganz abgesehen natürlich von dem Wert der Einlage, das ist ein ganz anderes Thema, ist natürlich ärgerlich, dass ich dann quasi meinen Fiat Wert vernichtet habe. Aber worum es jetzt geht, das ist der Cashflow. Das heißt, wenn wir unsere Einlage machen, die APR gleich bleibt, wird sich im Bärenmarkt unser Cashflow reduzieren und wenn wir nicht genau rechnen und wenn wir nicht genau das nachhalten, dann werden wir immer das Gefühl haben, dass der Cashflow ja wenigstens erhalten bleibt, weil wir ja denken, wir haben 10.000 eingelegt, APR 25% und die bleibt immer gleich und dann kriegen wir also immer die 2.500 Dollar am Ende des Jahres raus, was aber in Wirklichkeit nicht stimmt. So, das heißt, aufgepasst mit den APR, die angezeigt werden bei den Pools, damit, also wenn sich die Kurse halbieren, müsste die APR eigentlich doppelt so hoch sein, damit dir der Cashflow im Grunde erhalten bleibt. Also, konstante APR heißt nicht konstanter Cashflow und das ist schon mal wichtig, dass man alle seine Pools nach diesem Kriterium mal so ein bisschen überprüft und hier kommt jetzt eben mein Tipp Nummer 1 ins Spiel aus dem ersten Video, denkt nicht in Fiat im Bärenmarkt. Also, machen wir nämlich jetzt mal ein anderes Beispiel, wir nehmen dieselbe Rechnung und wir rechnen jetzt nicht mehr in Fiat, sondern wir rechnen in Krypto. Das heißt, wir rechnen jetzt unseren Ertrag in Krypto aus und angenommen, wir bekämen unseren Ertrag jetzt in Ether, das kann man so machen, also, indem man zum Beispiel seine Rewards ständig auscashet und dann in Ether umwandelt. Also, angenommen, man würde jetzt seine Rewards permanent umwandeln in Ether. Wie sieht also jetzt die APR in Ether aus, statt in US-Dollar? So, und die Einlage heute beträgt ja dann immer noch 10.000 US-Dollar. Gegenwert der beiden Tokens, 25% APR, ergibt also 2.500 US-Dollar Ertrag. Aber wir wollen den Ertrag ja jetzt nicht mehr in US-Dollar sehen, sondern wir wollen diesen Ertrag jetzt in Ether sehen. Und ich habe es jetzt mal vereinfacht. Wir sagen einfach, der Ether-Kurs ist 1.900. Das heißt, die APR in Ether gerechnet beträgt 1,31 Ether. So, und jetzt haben wir unsere Einlage in dem Pool drin. Später halbieren sich die Kurse. Das heißt, die wahre APR ist 12,5% und nicht 25%, wie eben ausgerechnet. Der Ertrag beträgt dann 1.250 US-Dollar. Klar, eben schon ausgerechnet. Und die APR in Ether gerechnet, die ist dann eben identisch. Es kommen nämlich immer noch 1,31 Ether raus. 1.250 US-Dollar ist der Ertrag. Ein Ether kostet 950 Dollar. Er gibt immer noch 1,31 Ether, die ich mir von dem Ertrag leisten kann. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man jetzt im Bärenmarkt die Einnahmen, die man in den Pools hat, den Cashflow, direkt umwandelt in Krypto. Und da kommt dann die Einkaufsliste aus dem Video 2 ins Spiel, weil man muss dann schauen, was man sich kauft von dem Cashflow. Man darf nicht auf dem Cashflow in US-Dollar rumsitzen, sondern man muss direkt umwandeln in Krypto. Das ist also ein wichtiger Tipp. Jetzt ist es aber nicht so, dass alle Pools gleich sind und die APY oder APR ist auch nicht immer gelogen, sondern es gibt große Unterschiede, zum Beispiel bei Landing-Plattformen wie Aave, Compound Cream oder Venus und ähnliche Plattformen. Da stimmt die APY in der Regel, die angezeigt wird. Sie setzt sich häufig zusammen aus einem Reward-Token und der APY tut jemanden quasi auf die Einlage, wenn man also seine Kryptos verleiht, bekommt. Und diese APY ist bei Stablecoins im Bärenmarkt in der Regel ganz, ganz weit unten. Und das liegt daran, dass diese Pools hier sehr voll sind auf der einen Seite, denn die Leute wollen, haben natürlich jetzt alle, also alle haben jetzt irgendwie sichere Assets in den Taschen und möchten gerne die irgendwo anlegen. Und dann gibt es hier also quasi so eine Überfüllung, die dafür sorgt, dass sich die Zinsen, die hier verteilt werden, auf viel mehr Leute verteilen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es viel weniger Interesse daran, Assets zu leihen aufgrund der Unsicherheit des Marktes. Und deshalb ist es eben so, dass auch die Zinseinnahmen, die hier entstehen, eben geringer werden und sich dann auch noch auf mehr Interessenten verteilt, die Einlagen machen. Das ist das eine. Und die Reward-Tokens, die sind auch am Boden, was den Kurs angeht. Die sind also auch nichts mehr wert. Das heißt, wenn Rewards ausgeschüttet werden, dann ergeben die auch keinen besonders hohen Ertrag mehr. Und jetzt ist es so, es gibt ja sehr, sehr viele verschiedene Stablecoins. Das sieht man ja auch. Und alle Stablecoins liegen irgendwo zwischen 0% und 3% oder so hier bei Aave. Man kann jetzt wirklich davon ausgehen, dass wenn hier Stablecoin-Einlagen Zinsen bringen, liegt das in der Regel daran, dass entweder die Plattform sehr, sehr neu ist und damit sehr unsicher oder dass das Asset, das man einlegt, ebenfalls sehr unsicher ist. Und bei den Stablecoins kann man wirklich auch überhaupt nicht sagen, dass jetzt bestimmte Stablecoin-Klassen sicherer sind als andere. Also es gibt ja diese drei Stablecoin-Klassen. Es gibt einmal die algorithmischen Stablecoins, die quasi mit einem eigenen Token besichert sind. Dann gibt es die algorithmischen Stablecoins, die mit Krypto, also mit Ether oder Bitcoin besichert sind. Da wäre zum Beispiel der DAI zu nennen. In der ersten Klasse war zum Beispiel der UST, also von Terra Luna, der Stablecoin, der ja kollabiert ist vor drei Wochen. Und also in der zweiten Klasse wäre dann der DAI, der ist besichert durch Ether, durch Bitcoin und durch USDC und anderen Assets. Ich weiß sie natürlich nicht auswendig, aber es ist zum Beispiel ein anderer Stablecoin drin und der USDC, mit dem der DAI teilweise besichert ist. Das ist ein mit Fiat gedeckter Stablecoin. Und jetzt könnte man also sagen, die mit Fiat, also mit US-Dollar gesicherten Stablecoins, das sind natürlich die sichersten, weil da steht hinter jedem Dollar, quasi hinter jedem Stablecoin ein Dollar. So und das ist ein Trugschluss, weil wir haben ja zum Beispiel den USDT, den Tether. Der ist zwar angeblich, da ist zwar jeder USDT gesichert mit einem Dollar, aber keiner weiß, ob das stimmt. Es gibt immer noch keine zuverlässigen Audits. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass das nicht stimmt. Also ist zumindest meine Einschätzung. Und es ist, glaube ich, immer gut, wenn man auch davon ausgeht, dass das so ist. Denn solange es nicht bewiesen ist und solange das nicht vernünftig auditiert ist, ist es, glaube ich, gut, sich auch ein bisschen von dem Ganzen noch fernzuhalten. Ja, jetzt gibt es aber auch Stablecoins, wie zum Beispiel der BUSD oder eben auch der USDC. Das sind Stablecoins, die sind 1 zu 1 besichert mit richtigen US-Dollar. Und es wird auch von einer US-Regulierungsbehörde geprüft beziehungsweise sichergestellt, dass da wirklich ein US-Dollar hinter ist. Und dann könnte man jetzt sagen, das sind die sichersten Stablecoins von allen, weil es ist ja schließlich 1 Dollar da irgendwo. Und das ist garantiert durch eine Regulierungsbehörde und so. Also die sind rockstable. Hier kann nichts passieren. Und das ist leider auch falsch, weil es gibt ja Regulierungsbemühungen, was Stablecoins angeht. Und die sind noch ganz, ganz am Anfang. Es besteht also die Gefahr, dass zum Beispiel diese Stablecoins, USDC oder BUSD, von den Regulierungsbehörden in irgendeiner Form eingeschränkt werden, sanktioniert werden oder ähnliches. Und dann sitzt man natürlich auf diesen Stablecoins, die irgendwie verboten worden sind, in Anführungszeichen. Gut, man kann sie nicht verbieten, weil man kann nicht einerseits eine Lizenz rausgeben und dann zwei Wochen später verbieten. Aber man kann andere fiese Sachen machen. Und dazu zählt unter anderem, und das ist tatsächlich in der Vergangenheit auch vorgekommen, dass man bestimmte Konten einfach auf der Blockchain gesperrt hat. Beim USDC war das der Fall. Da hat man Konten eingefroren. Also das heißt angenommen, wir hätten jetzt also unsere Stablecoins, unsere Dollar in USDC angelegt. Und die Regulierungsbehörde beschließt jetzt, dass man den europäischen Raum komplett ausschließt, weil da irgendwie, was weiß ich, die in Europa verboten werden. Irgend so was ist ja auch ein bisschen in der Mache gerade in der EU. Dann kann es also passieren, dass quasi die Herausgeber dieser Stablecoins alle europäischen Konten einfrieren. Ist jetzt ein Horrorszenario, ist aber eine Möglichkeit. Also ich will damit sagen, Stablecoins sind keine sichere Anlage. Stablecoins, vor allem im Bärenmarkt, sind keine sichere Anlage. Und wenn ihr Stablecoin-APYs habt, die hoch sind, dann liegt das in der Regel daran, dass entweder die Plattform sehr, sehr neu ist, damit unerprobt und unsicher, oder dass die Stablecoins in irgendeiner Form mit Schwierigkeiten sind, weil dann nämlich die Leute quasi diesen Stablecoin meiden. Und wenn wenige Leute mit diesem Stablecoin arbeiten, dann steigt natürlich wieder die APA, weil weniger Leute in dem Pool drin sind. Also alles, ich würde wirklich jetzt im Moment sagen, alles, was über 4% APY bringt, ist absolut verdächtig, würde ich nicht investieren. Eine ganz andere Sache hingegen ist, dass Staken von Kryptowährungen, also jetzt nicht im Sinne von Yield Farming und Pool-Token-Staken und so weiter, sondern es geht jetzt darum, dass man also seine Polkadot-Tokens auf dem Polkadot-Netzwerk in einem Node staked, beziehungsweise dass man einem Staking-Pool teilnimmt, der das dann für einen macht. Und das Ganze gibt es nicht nur für Polkadot logischerweise, sondern auch zum Beispiel für Ethereum, für Cardano und andere Kusama und so. Und hier gibt es also eine APY, die wird angezeigt in Polkadot. Die ist also unabhängig von dem Fiat-Wert. Die liegt hier bei Polkadot zurzeit bei 14,7%. Auch diese APY, die schwankt in gewisser Weise. Bei Polkadot ist es so, dass man als Ziel hat, die ungefähr auf diesem Niveau zu halten. Das klappt aber nicht immer. Das hängt von vielen Faktoren ab. Und es wird aber früher oder später dann von, wenn es runter geht, auch wieder hochgehen. Es wird irgendwo so in diesem Bereich liegen. Bei Kusama dagegen, weiß ich jetzt so ganz grob auswendig, gibt es, glaube ich, sogar 23% APY. Und bei Ethereum nur 4% und bei Cardano auch so 4% bis 5%, glaube ich, ist es zurzeit jedenfalls sehr interessant. Denn die APY, die hier angezeigt wird, die bezieht sich eben dann tatsächlich auf Dot-Tokens. Heißt, 100 Dot-Tokens gestaked für ein Jahr bedeutet einen Ertrag von 14,7 Dot-Tokens, wenn das hier konstant bleibt. Also ungefähr in diesem Bereich. Und die wahre APY, die wird ja dann, also die wahre APY jetzt in dem Sinne, wenn man es jetzt doch in Fiat rechnet, wird ja dann sehr viel spannender sein. Denn wenn man diese Polkadot-Tokens, die man hier bekommt, nicht verkauft, sondern auf den nächsten Bullmarket wartet, dann wird ja der Wert auch dieser Dinge steigen. Und dadurch hat man eben eine sehr, sehr viel höhere wahre APY, wenn man es so betrachtet. Sehr attraktiv, sehr interessant. Und das Ganze hier ist jetzt bei Polkadot quasi auf dem polkadot.js.org Wallet oder wie auch immer man diese Webseite nennt. Es sieht sehr kompliziert aus. Es ist tatsächlich auch ziemlich kompliziert. Man müsste dazu ein eigenes Video machen. Ich überlege auch, ob ich das mache. Ich habe mich daran schon mal vor ein paar Monaten versucht und dann es beiseite gelegt, weil es einfach zu lang war, zu kompliziert war. Und ich muss es mir noch mal anschauen. Also ich habe da noch einige Hausaufgaben zu machen, bevor da ein vernünftiges Video draus wird. Aber das alles kann man auch einfacher haben, wenn man zum Beispiel zu Kraken geht oder zu Binance. Viele, viele Börsen bieten Polkadot-Staking an. Und nicht nur das, auch Staking für die anderen großen Kryptowährungen mit ein paar Mausklicks. Das geht wirklich sehr, sehr simpel. Man schickt seine Kryptotokens dahin, legt die irgendwo ein und bekommt dann regelmäßig seine Staking-Ausschüttung. In der Regel mehrmals die Woche sogar. Das macht auch Spaß, da häufig reinzuschauen. Der Vorteil ist auch, dass man vernünftige Unterlagen kriegt für die Steuer. Also wenn man jetzt mit Accointing oder ähnlichen Steuertools arbeitet, die lesen einem das direkt aus. Da muss man sich auch nicht drum kümmern. Und weiterer Vorteil dieser Angelegenheit hier, dass die 10-Jahresfrist, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, wahrscheinlich schon die 10-Jahresfrist, ist ja nicht mehr da. Also das heißt, wir können auch diese Tokens, die wir hier bekommen und die wir einlegen, nach einem Jahr steuerfrei veräußern. Also sehr, sehr attraktive Angelegenheit. Und während ich so drüber rede, fällt mir auf, dass es tatsächlich ein eigenes Video wert wäre, sich das hier mal genauer anzuschauen. Eben wie gesagt, Kusama, Polkadot, Cardano, Ethereum, leider nicht Bitcoin, weil Bitcoin eben kein Proof-of-Stake-Algorithmus ist, sondern ein Proof-of-Work-Algorithmus. Da gilt dann nochmal eine ganz andere Regel. Also wäre natürlich schön, wenn es auch Bitcoin-Staking irgendwie gibt. Gibt es irgendwie auch in einer gewissen Form. Ist aber technisch wieder so in zweiter und dritter Ableitung. Da würde ich eher die Finger von lassen, weil das ist nicht wirklich Bitcoin, mit dem man da arbeitet. Also Staking von Kryptowährungen ist im Bärenmarkt schon mal eine schöne Angelegenheit. Das war jetzt also Trick Nummer drei, nämlich bringt euren Cashflow in Ordnung. Und was meine ich damit? Ich meine damit erstmal raus aus diesen ganzen lahmen Enden, die euch irgendeine APA oder APY versprechen, die am Ende gar nicht rauskommt. Also raus aus diesen ganzen krummen Yield Farms. Dann zweitens, haltet euch fern von Stablecoin-Pools mit einer APY von mehr als vier Prozent, denn in der Regel ist ein Haken dran. Entweder ist die Plattform noch sehr jung und damit sehr unsicher, oder der Stablecoin, in den ihr investiert, ist irgendwie in Schieflage und damit dann eben auch hoch riskant. Und der dritte Punkt ist, beschäftigt euch mit Krypto-Staking. Das hat auch den Vorteil, nicht nur, dass die APY in Krypto ausgeschüttet wird und dann später im nächsten Bullenmarkt womöglich sehr wertvoll wird. Es hat auch den Vorteil, dass man mehr in Krypto denkt und auf der anderen Seite auch mehr Lust hat, Krypto zu kaufen. Da verbinden sich also alle drei Tipps quasi auf perfekte Art. Nämlich man hat dann auch wieder Lust, Kryptos zu kaufen, denn je höher die Einlage ist, desto höher ist ja auch der Ertrag. In meinem nächsten Video geht es dann los mit den DeFi-Strategien für den Bärenmarkt. Es wird um die Plattform Aave gehen, die wir nutzen können, um flexibel auf Marktbewegungen reagieren zu können. Und bis dahin wünsche ich mir, dass ihr mal in die Kommentare schreibt, welche Kryptowährung ihr bereits staked. Vielleicht kann ich das ein oder andere in meinen nächsten Videos aufnehmen. Bis dahin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.